Mein Name ist Dr. Rajesh Kutrapalli und das ist mein Freund Dr. Sheldon Cooper. Hi! Sie müssen mich nicht integrieren, ich bin nur hier, um zu beobachten. Was beobachtet er denn? Wir sind Wissenschaftler und beobachten alles. Hier, kauft ihr einen Cupcake. In Ordnung. Und wie heißen Sie? Angela. Oh, hergeleitet vom Wort Engel. Passt prima. Sie sind süß. Ich möchte einen Cupcake kaufen. Oh, tut mir leid, ausverkauft. Wir haben Muffins da. Das klingt zwar köstlich, aber dieses Geld war für ein Cupcake gedacht. Was machen Sie da? Ich mache es mir nur gemütlich. Und wie lange sind Sie schon in Los Angeles? Ich... Cupcakes sind aus Verkauf. Helden, ich unterhalte mich. Du bist unhöflich. Ich wette, Sie sind Schauspielerin. Wenn nicht, sollten Sie eine werden. Ihr Gesicht ist sehr ausdrückstark. Oh mein Gott. Was? Wo wollen Sie hin? Es läuft doch so gut zwischen uns. Sie hat noch gar nicht meinen Penis gesehen. Da-da! 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 Da-da!